Ja, mein Nominoletti, ich bin's, euer Künstler, wieder, mit deiner schlechten und guten Nachricht. Auf jeden Fall erst mal die ganz gute, wie ihr seht, neue Spiel, Ghost. Call of Duty. Ja, und, ähm, na, die noch eine gute Nachricht, aber es ist aber erst mal zu der schlechten. Und zwar, wie ihr seht, hab ich auch ein paar noch in die Lasse rausgepackt. Ja, und da wird nicht mehr mit. Da habe ich gefragt, ob ich mich löschen soll. Löschen. Wenn mir da mal eine Sicherheitsfragen, frage ich jetzt euch mal. Ja. Wenn mir mal eine Sicherheitsfragen sein soll, dann fragt ich mir. Ein Blur und ich habe es. Jetzt mal eine andere gute Nachricht. Daher kommt der Backup-Zeit, die Beta-Version raus. Und da würde ich ein Video, glaube ich, machen, so wie es nur ausgeht. Aber nur wenn ich es soll, sonst nicht. Wenn ihr meinte, dass mein Spiel wird aus. Dann sagt es mir, ich hau es raus. Dann hört es mir, die Musik nicht im Hintergrund gut. Ja. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht auch nichts. Das macht nichts. Da kommt der Backup-Zeit von hinten. Ihr müsst es wissen. Wie? Ich würde es da nicht drinnen lassen. Ja. Aber ich lasse es auf euch. Wenn ihr es nicht folgt, dann hol ich es raus. Ja, falls ihr wollt, dann sage es einfach in den Kommentaren. Ich mache es auch. Also... Ich war die ganze Nacht wach, das geht gar nicht. Ich tue es mir nicht nochmal an. Wenn wir Schürgen wohl in eurem Sterbenbett liegen. Möchte ich sagen, Lisa, wie war das Team? Ich sage, gib mir noch eine Augenblickzeit. Bitte gib mir noch eine Augenblickzeit. Bitte gib mir noch eine Augenblickzeit. Also... Ich tue mir ganz ehrlich hier auch leid. Ich kann es nur nicht lachen, dass ich dann in einem anderes Video mitmachen. Ich habe den Titel lassen auch nichts. Ich mache es wohl... Das ist mir egal. 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 Bis die letzte Beta von Black Ops 3 rauskommen. Uhhhh